Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Krüger übergeben. Katzenkastration ist ein Thema, das wichtig ist. Und Tiere im Zirkus. Aber das wird dann sicher besprochen. Studenten, wenn sie studieren, nicht an lebenden Objekten, das alles nur lernen müssen, sondern auch tatsächlich in der Praxis an anderen denken. Und auch in der Bevölkerung das Bekanntmachen, dass es Ersatzmethoden zu Tierversuchen gibt. Und das tut der Senat hier leider nicht. Auch die Frage nochmal an Claudia Hämmerling. Das Koalitionsversprechen bezüglich der Tierversuche wurde, und die Ellenbäume zur Nummer eins gestellt. Wenn wir dagegen haben, Abschieben, oder? Und sie haben sehr gut. Das Tod war so gut. Und der Tod war so gut. Das habe ich gesagt. Was ist die Kaffe? Was ist die Kaffe? Vielen Dank.